Also, mein Bruder muss da eigentlich gleich kommen, weil ich warte schon ganz lange auf ihn, aber ich weiß nicht, was der da oben macht. Vielleicht ist es auch was für ihn. Wie auch immer. Und ich hoffe, euch geht's auch gut. Oh, du Spasti, du hast mich so erschreckt. Ah, Alter. Du warst schon kaputt. Alter. Voll die Memme.